Ein richtig guten Tag und Hallo! Mein Name ist Alexander Kohn, ich bin Inhaber und Gründer des International Wine Institutes. Vor einigen Jahren haben wir ein wunderbares Veranstaltungskonzept entwickelt. Wir nennen es das Genusscasino. Hier können Sie an verschiedenen Spieltischen, wie in einem Casino, einen Einsatz machen, und zwar um Ihren Geschmack. An acht verschiedenen Spieltischen können Sie also um Bier, um Wein, um Käse, um Schinken, um Schokolade, um Weinstile mit unseren ausgebildeten Coupiers spielen. Machen Sie Ihren Einsatz und gewinnen Sie. Und werden Sie am Schluss vielleicht der internationale Genussexperte des Abends. Viel Spaß, viel Freude und wenn Sie Fragen haben, natürlich melden Sie sich bei uns. Am besten unter www.genuss-casino.com Und hier können Sie sich bei uns. Und hier können Sie sich bei uns. Musik 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 Haben Ihnen diese Bilder gefallen? Ist das nicht erlebnisreich gewesen? So viel Spaß hat man selten in der Gruppe oder im Teambuilding als solches. Wir stehen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Sie können uns kontaktieren unter 02641 91245 oder unter konen.iwi-sommelier.de Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!